Finde in diesem Video heraus, welcher Waschsauger der beste ist und worauf es ankommt. Alle Links zu den Produkten findest du unten in der Videobeschreibung. Wir starten mit dem Kärcher SE4002. Der Hersteller Kärcher ist bekannt für seinen hochwertigen Staubsauger. Dabei bietet Kärcher auch die speziellen Waschsauger an, wobei dieses Modell besonders hervorsticht. Bei dem SE4002, der für gut 200 Euro erhältlich ist, profitierst du von einem praktischen 2-in-1-Komfortsystem. So ist ein Sprühsaugschlauch integriert, was ebenfalls für eine zusätzliche Waschdüse gilt, die zur bequemen Polsterreinigung eingesetzt werden kann. Da es sich um einen Waschsauger handelt, muss natürlich auch eine Feuchtreinigungsfunktion unterstützt werden. Kärcher verbaut zusätzlich ein Sprühextraktionsgerät, mit dem du für eine besonders hygienische und gründliche Reinigung sorgen wirst. Dies gilt für alle textilen Oberflächen wie Teppiche oder Matratzen und Autositze. Egal, ob du also nur Teppiche reinigen oder auch Stein- und Kunststoffböden vom Schmutz befreien möchtest, mit diesem Waschsauger kannst du dies recht gründlich und besonders einfach erledigen, wobei vor allem Allergiker und Haushalte mit kleinen Kindern und Tieren aufgrund dem Anwendungskomfort und der fasertiefen Reinigungsfunktion von zahlreichen Vorteilen profitieren. Weiter machen wir mit dem Tineco Smartfloor One S5. Dieser Waschsauger ist eine Kombination aus Staubsauger und Wischmopp. Er dient zur Reinigung von Hartböden aller Art und kann vor allem durch seine Leistung und Qualität überzeugen. Der Akku mit einer Kapazität von 4000 mAh reicht für 35 Minuten kabelloses Arbeiten. Besonders positiv ist, dass der Hersteller den Nass-Trockensauger mit zwei getrennten Tanks für Schmutz und Frischwasser ausgestattet hat. Der Frischwassertank hat ein Fassungsvermögen von 0,8 Litern und der Schmutzwassertank hat ein Fassungsvermögen von 0,7 Litern. Beide Tanks lassen sich abnehmen, was sowohl das Auffüllen als auch das Ausleeren erleichtert. Ein Display, welches während des Reinigens stets im Blick ist, gibt Auskunft über die verbliebene Akkulaufzeit. Der Waschsauger ist technisch auf dem neuesten Stand und lässt sich sogar per App mit einem Smartphone bedienen. Ein Sprachassistent vereinfacht dabei die Bedienung. Auf der großzügigen Ladestation ist Platz für das mitgelieferte Zubehör, wie beispielsweise der Ersatzrolle für die Bodendüse. Mit 78 Dezibel gehört der Waschsauger nicht zu den leisesten Geräten in unserem Vergleich. Weiter machen wir mit dem Thomas Pet & Family Aqua Plus. Sofern du einen Staubsauger und Waschsauger in nur einem Gerät kombinieren möchtest, dann bietet sich das Modell Pet & Family Aqua Plus des Herstellers Thomas wirklich sehr gut für dich an, was vor allem der Fall ist, wenn du Haustiere hast. Hierbei kannst du für eine gründliche Reinigung sorgen, was mit dem modernen Spezial-Sprühdrucksystem sichergestellt wird. Das klassische Trockensaugen, was wahlweise mit dem Aqua Plus Filtersystem oder einem Staubbeutel möglich ist, bietet gegenüber den handelsüblichen Staubsaugern zahlreiche Vorteile. So entfernst du aus deinen Textilien und Böden nämlich deutlich mehr Schmutz, was ebenfalls auf Holz- und Natursteinböden zutrifft. Eine Besonderheit stellt bei diesem Staub- und Waschsauger die Funktionsweise ohne einen Staubbeutel dar, was sehr praktisch umweltfreundlich und kostensparend ist. Gerade bei Haustieren, durch die recht viele Flecken und Haare in der Wohnung und auf Polstern anfallen, kannst du somit also für eine hygienische Reinigung sorgen. Wir hoffen, dass wir euch helfen konnten, eine Kaufentscheidung zu treffen. Alle Produkte sind in der Videobeschreibung verlinkt. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen!